So, jetzt reicht's mir aber. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Ich war gerade dabei, eine Pizza von Ihnen zu machen, aber es klappt nicht. Lecker! Aber warum klappt's nicht? Naja, auf Ihrer Verpackung steht, man soll die Pizza auf die mittlere Schiene des Ofens legen. Dann machen Sie's doch. Ja, aber wo ist denn die mittlere Schiene im Ofen? Eine Schiene ist oben, eine unten und wieder zwischen. Haben Sie einen Backofen? Ähm, ja, ich schau nach. Sehen Sie das Problem? Hm, die mittlere ist ja trotzdem nicht in der Mitte des Backofens. Ja, wo soll ich die Pizza denn jetzt hin machen? Ich bin überfordert, einfach die Mitte. Der glaubt auch alles.